ja johann und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront heute spielen wir Gefecht, ja Gefecht im Outer Rim wie immer noch mit dem Pass der Saison und ja, Gefecht heute ich weiß jetzt nicht, was war es Joubas Palast nicht, hoffentlich nicht diese nervige Raffinerie, doch scheiße, in dieser, die regt mich auf ihr kennt sie noch nicht, aber mich regt sie auf jeden Fall auf und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ist der Gegner da und wir spielen in der Raffinerie, yeah ich hab richtig Bock und ja diese Raffinerie ich kann sie nicht ich kann sie einfach nicht ich bin zu blöd für die Raffinerie oder ich weiß nicht erster Kill das ist mal was auch wenn ich immer noch zu blöd für die Raffinerie bin er wird sich zurückziehen ja, er zieht sich zurück das war klar warum, warum, warum okay, sehr schön das haben wir erobert du darfst halt hier nicht in den Lava, Müll rein, sonst hast du verloren so, hier müsste gleich was kommen also ich wollte da jetzt noch mahnen nerviges Dioxys so das Geräusch, es nervt mich aber es liegen nur Sturmtruppen da jetzt bin ich einmal rumgerannt so daran sieht man schon meine Hilflosigkeit sagt irgendwie im Moment alles aus ja ich bin oben ich weiß jetzt nicht, ob mir das irgendwas verschafft hier sind Truppen so sieht es aus trotzdem hasse ich das ja wir springen hier rein und versuchen ja krass uh geil das ist mir noch Tatooine Rebell das ist mir noch gar nicht aufgefallen so sobald da geht ein Ploader rein ja sehr schön nochmal ein Ploader und von Detonator Detonieren Detonator bin ich down wo ist mein Partner kommt er kackt drauf er kommt kann man auch mal machen er habe ich jetzt hier einen Feind übersehen ist gar nicht mal so unwahrscheinlich schade jetzt sind da mehrere und jetzt kann ich auch down sein ein Problem bei der Geschichte ich habe keine Ahnung vom Ganzen er hat mich nicht gekillt und das sieht er hier wieder und dann kommen Green Micro bei 9 1 3 9 kommt und er möchte gerne das hasse ich deswegen kann ich diese die Minimap irgendwie nicht leiden weil sie meiner Meinung nach 5 scheiße bringt nix was bringt mir das jetzt der zeigt da 50.000 rote Punkte an kann damit nichts anfangen ich latsche ich wenn man halbwegs weiß wo Gegner sind dann kriegt man das auch ohne diese absolut sinnlose Mapp hin 3 3 jetzt ist doch kein Dioxys rein was bringt uns das ich habe hier er hat wird die das war das war aber Glück ganz ganz deutlich woran liegt es ich weiß nicht man weiß ja stimmt ich kann diese Raffinerie immer noch nicht leiden nervige Raffinerie ach komm jetzt hau doch mal ein paar Gegner raus hier hier müssen doch jetzt welche sein bitte komm bitte bitte wo sind sie hier müssen sie sein wenn hier jemand ist dann kriegt er einen Plowder dann kriegt er halt mal einen Plowder ja nächsten Plowder ich weiß jetzt nicht ob der so sinnvoll war nee war ja nicht egal hier müssen doch welche sein eigentlich kommt man doch durch oder nicht ja kommt man auch Scher scheiß Doide der regt mich ja so auf ich dachte gerade da wäre einer aber deswegen kann ich diese Raffinerie nicht leiden es wirkt so wie ein Kreis pass auf da hinten ist einer ja gut es bringt nichts wenn ich hier ich bin jetzt einfach verwirrt ich bin jetzt einfach verwirrt ja dann kommt hier und wir wollen ich bin auch schon dran sechs und für sich oder fünf für sie ist auch scheißegal eigentlich hätte ich Level 50 sein können aber dann dann zauge ich dann einen Tick zu wenig und ja wenn du die Arzt für 80c bist bist du meiner Meinung nach echt nicht bausig aber jetzt regt jetzt macht es auch gerade echt kein Fühl weil diese Map einfach für den Po ist du musst hier ständig rumspringen kannst du nicht auf die ja jemand scannt das ist doch mal schön ich kann mal wieder niemanden wegholen ich will mal wieder jemanden wegholen komm hier muss doch jemand sein kann doch nicht wahr sein so hier hier sind bestimmt Typen wenn ich jetzt rechts gehe kommen hier bestimmt Zehntausende ich bin mir ganz sicher jetzt entweder rechts oder links ich glaube hier ist wer richtig wer nicht richtig aber hier war ich doch gerade oder nicht ey jetzt ist hier wieder keiner deswegen hasse ich diese Map und dann komme ich ein Tick zu spät endlich mal wieder jemand wo sind noch mehr da was war gerade los mit dem Spiel hab ich gehabt das hat gerade rumgebackt wenn ich jetzt nicht allzu dusserlich bin ja naja ja 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 aber endlich konnte ich mal wieder was holen dann 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 so jetzt müssen wir also wenn wir in diesem paar Sekündchen nicht drei Kills hinbekommen dann weiß ich auch nicht so letzten Kill hole ich natürlich weg, ne ach gewonnen ok ich sage bis zum nächsten Mal, bis dann Pipils, bis dann Leute ciao Outro